Schauen Sie sich diesen Hyundai einmal genau an. Mit dem Benzinmotor und dem manuellen 5-Gang-Getriebe ist dies ein fantastisches Auto für noch viele Kilometer. In diesem Auto finden Sie mehrere Extras, beispielsweise Audiobedienung am Lenkrad, beheizbarer Außenspiegel und ein Navigationssystem. Dieses Auto ist zusätzlich mit einer Alarmanlage und Stoßstangen in Karosseriefarbe ausgestattet. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Kontaktieren Sie uns jetzt und wir stellen das Auto bereit für eine Probefahrt.